Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Eine Frage, die ich in letzter Zeit sehr oft von euch höre, ist, welche Kamera, welche Spiegelreflex-Kamera von Canon, so im Preisbereich 5 bis 600 Euro, würdest du mir für einen Fotografie-Einsteiger, Anfänger oder auch schon, naja, für so einen leichten Fortgeschrittenen denn empfehlen? Da wäre aktuell meine Empfehlung ganz klar, die Canon EOS 250D. Warum genau diese Kamera, das erkläre ich dir im Video. Wenn du mich aktuell fragen würdest, welche Spiegelreflex-Kamera von Canon ich dir als Fotoeinsteiger oder auch einfach einen Fortgeschrittenen empfehlen würde, im Preissegment so zwischen 5 und 600 Euro, dann wäre es ganz klar, aktuell die Canon EOS 250D. Die bekommst du nämlich so, wie ich sie habe, mit einem entsprechenden Objektiv 18 bis 55 mm im Kit für knappe 600 Euro. Die Kamera ist gerade für Einsteiger gut geeignet aufgrund auch der Bauart, denn sie ist sehr übersichtlich gestaltet, sie ist sehr handlich und hat auch nur ein Gewicht von 450 Gramm ohne Objektiv, allerdings schon mit Akku und Speicherkarte, obwohl ich gar nicht weiß, was so eine Speicherkarte wiegt, die fällt da glaube ich gar nicht ins Gewicht, aber die Angabe von Canon mit Akku und Speicherkarte 450 Gramm. Damit eignet sie sich natürlich sehr gut, um sie immer mit dabei zu haben. Ist ja gerade wichtig, wenn du mit der Fotografie beginnst, dann möchtest du deine Kamera natürlich immer dabei haben. Hier schön leicht auf das Gehäuse, wirklich sehr kompakt gehalten, sehr, sehr gut. Kommen wir mal zu den technischen Daten, die für mich eigentlich hier für diese Kamera sprechen. Ihr habt einen 24 Megapixel Sensor, der hat sich auch schon in anderen Kameras bewährt, und zwar in der Canon EOS 800D, in der 80D, in der M50 und in der M5. Rauschverhalten ist auch sehr gut, das heißt, ihr könnt auch bei wenig Licht noch gute Fotos machen, selbst ISO 1600 und auch 3200, da bekommt ihr noch immer ordentliche Fotos mit dieser Kamera und dem APS-C Sensor, der da drin verbaut ist. Was ist noch wichtig für mich zum Beispiel, wenn ich mir eine Kamera kaufe, dann möchte ich natürlich auch sich schnell bewegende Objekte fotografieren, und da ist dann für mich wichtig die Serienbildfunktion. Hier könnt ihr sechs Bilder in der Sekunde machen, das ist schon ordentlich, gerade wenn ihr sich bewegende Motive, wie zum Beispiel Tiere, Kinder oder was auch immer, fotografieren wollt. Das finde ich schon ganz ordentlich. Wir haben einen Dual Pixel Autofokus, das finde ich sehr gut, damit seid ihr nämlich beim Fokussieren schnell auf der sicheren Seite. Was ein bisschen mehr sein könnte, sind natürlich die Fokusfelder. Ihr habt neun Fokusfelder, allerdings sind alles mittlerweile Kreuzsensoren, es könnte vielleicht das eine oder andere Feld mehr sein, ist aber völlig okay für den Anfang, für den Einstieg in die Fotografie, könnt ihr super mitfokussieren und auch super scharfe Fotos mitmachen. Dann ist es ja auch immer wichtig, wie ist die Bedienbarkeit der Kamera, das heißt, wie übersichtlich ist das Ganze gerade von Fotografieanfänger, wie viele Knöpfe habe ich hinten, um irgendwas einstellen zu müssen oder zu können, und das finde ich, ist hier sehr übersichtlich und sehr gut gestaltet. Ihr habt hier oben das normale Modus-Wahlrad, da steht euch sowohl der vollautomatische Modus, am besten klippt ihr den gleich ab, weil den solltet ihr sowieso nicht verwenden, zur Verfügung, es stehen zwei weitere Programmautomatiken zur Verfügung und dann habt ihr natürlich zwei Halbautomatik, TV- und AV-Modus und den komplett manuellen Modus, mit dem ihr euch am besten gleich von Anfang an vertraut machen solltet. Dann habt ihr oben euer normales Einstell-Wahlrad und was ich gut finde, dass ihr nochmal eine separate ISO-Taste habt, das heißt, ihr müsst zum Verstellen des ISOs, wenn ihr euch im manuellen Betrieb befindet oder in einem der Halbautomatik-Modis, TV- oder AV, müsst ihr nicht irgendwo ins Menü gehen, um den ISO zu verändern, sondern einen Druck hier oben drauf und dann könnt ihr hier oben mit dem Modus-Wahlrad den ISO entsprechend verändern. Finde ich sehr gut. Auch die Autofokus-Felder anzuwählen ist ganz einfach, auch dafür habt ihr hier eine separate Taste, kann man super mit dem Daumen aktivieren und dann könnt ihr zum Beispiel über das Touch-Display den jeweiligen Autofokus-Punkt auswählen, den ihr haben möchtet. Ansonsten ganz klar, wir haben noch eine Taste hier unten, die ist auch ziemlich wichtig für die manuelle Belichtungskorrektur. Draufdrücken, oben Modus-Wahlrad und dann könnt ihr die manuelle Belichtungskorrektur hier oben verwenden. Und das war es auch schon im Großen an wichtigen Bedienelementen. Was ich ziemlich gut finde für Einsteiger, ist das neu gestaltete Menü. Denn je nachdem, in welchem Modus ihr euch befindet, zum Beispiel im TV- oder AV-Modus, dann wird euch hier oben nochmal die Funktion dieses Modus, beziehungsweise was ihr in diesem Modus selbst beeinflussen könnt, nochmal in Form einer Comic-Zeichnung, so möchte ich es mal bezeichnen, angezeigt. Das Ganze finde ich ziemlich gut, weil es nochmal veranschaulicht. Ihr habt auch nochmal entsprechende Beschreibungen. Das heißt, wenn ihr euch am Anfang auch nicht gleich ganz sicher seid, was war jetzt der TV-Modus, was war der AV-Modus, wird es euch hier auf dem Display nochmal super erklärt. Ihr könnt ins klassische Menü zurückkehren, das ist auch ganz einfach. Wenn ihr euch dann nachher ein bisschen sicherer seid, in den einzelnen Modis, dann könnt ihr das ausschalten und seid dann im klassischen Canon-Menü zurückgekehrt. Und das ist ja auch bei allen danach folgenden Canon-Kameras gleich. So, was haben wir noch? Wir haben natürlich Anschlüsse hier an den Seiten. Ihr könnt eine Fernbedienung anschließen, finde ich immer sehr wichtig. Ihr könnt ein externes Mikrofon anschließen, auch sehr wichtig. Denn wenn ihr später vielleicht mal damit auch filmen wollt, dann wollt ihr euch auch selber sehen. Und da finde ich natürlich in Zusammenarbeit mit dem Klapp- unschwenkbaren Touch-Display von Canon. Das ist eine sehr wichtige Sache, dass ihr ein externes Mikro anschließen könnt. Auf der anderen Seite haben wir noch zwei Anschlüsse für die Ausgabe von Bild- und Videomaterial. Ihr habt einen Mini-HDMI-Anschluss, könnt ihr zum Beispiel dann an Fernseher anschließen, um eure Fotos oder Videos anzusehen. Und ihr habt einen Mikro-USB-Anschluss für die Datenverbindung, zum Beispiel für den PC. Was ich sehr gut für die Kamera in dieser Preisklasse finde, ist, dass ihr einen Nachführaugen- und Gesichtserkennungs-Autofokus habt. Das heißt, wenn ihr mit der Kamera in den Live-View wechselt und ihr habt die Gesichtserkennung eingeschaltet, dann fokussiert und erkennt die Kamera automatisch ein Gesicht und fokussiert dann immer da drauf. Das ist natürlich wichtig, gerade am Anfang, wenn ihr fotografiert, ihr möchtet euch vielleicht ein bisschen mehr auf die Bildkomposition konzentrieren. Dann verfolgt zum Beispiel diese Augen- und Gesichtserkennungs-Autofokus automatisch eure Person, die ihr fotografieren wollt. Und ihr könnt euch auf die Bildkomposition hier konzentrieren. Auch natürlich wichtig, wenn ihr mit der Kamera filmen möchtet, dann erkennt die Kamera hier automatisch Gesichter, stellt diese scharf und verfolgt sie dann auch. Filmen könnt ihr mit der Kamera in Full HD mit 50 Frames oder sogar in 4K dann mit 25 Frames. Also für diese Kamera in der Ausstattung eigentlich schon eine sehr, sehr gute Leistung, muss ich sagen. Was ich auch wichtig finde, ist die Möglichkeit der WLAN-Verbindung zwischen Kamera und zum Beispiel Smartphone. Und auch das habt ihr hier gegeben. Das heißt, ihr könnt mit der integrierten WLAN-Funktion euer Smartphone über die Kamera Connect App von Canon verbinden und könnt dann zum Beispiel euer Smartphone als Fernbedienung nutzen. Oder ihr könnt über die App die Fotos auf eurem Smartphone direkt gleich auf euer Smartphone ziehen und dann zum Beispiel dort mit Lightroom nachbearbeiten. Also alles in allem ist für mich die Canon EOS 250D eine runde Sache. Gerade für den Preis hier mit dem Objektiv in der Kombination habt ihr eine runde Sache. Seid ihr bei unter 600 Euro und habt einen super Einstieg in die Spiegelreflexfotografie. Ein Vorteil, die euch die Kamera noch bietet, den ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass ihr natürlich für den Anfang kostengünstigere APS-C Objektive kaufen könnt. Ihr könnt aber schon auch Vollformat-Objektive kaufen. Das heißt, wenn ihr euch ein bisschen weiterentwickelt habt und ihr sagt, na, vielleicht in ein, zwei, drei Jahren möchte ich mir doch eine Vollformat von Canon holen, dann könnt ihr jetzt hier euch auch dann schon ein vielleicht etwas teureres Vollformat-Objektiv kaufen. Das seht ihr nämlich hier vorne daran an der Kennzeichnung. Und zwar haben wir hier das weiße Viereck. Das deutet darauf hin, dass ihr APS-C Objektive an dieser Kamera verwenden könnt. Und wir haben den roten Punkt und der steht nämlich dafür, dass ihr auch die Vollformat-Objektive von Canon, also EF-Objektive, die APS-C Objektive sind ja die EFS mit dem weißen Viereck und die Vollformat-Objektive sind die EF-Objektive, könnt ihr ebenfalls an dieser Kamera hier verwenden. Vielleicht kriegt ihr auch schon mal ein gutes gebrauchtes Vollformat-Objektiv dann hier für die Kamera, um das Ganze zu ergänzen, zum Beispiel ein Teleobjektiv oder was auch immer. Dann seid ihr künftig auch schon auf der sicheren Seite und müsst euch dann nicht nachher, wenn ihr vielleicht mal wechselt zu einer Vollformat-Kamera, auch alle Objektive neu kaufen, sondern könnt dann auch gleich die Objektive weiter nutzen. Alles in allem habt ihr mit der 250D hier eine Kamera für unter 600 Euro mit einem wirklich sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann ich derzeit nur jedem Fotografie-Anfänger, der sich überlegt, eine Spiegelreflex von Canon zu holen, tja, nur wärmstens empfehlen. Vielleicht habt ihr selber ja die Canon EOS 250D, dann schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare eure Erfahrungen mit der Kamera. Ansonsten, wenn ihr vielleicht überlegt, euch eine Spiegelreflex anzuschaffen, im Einstiegsbereich bis 600 Euro, dann hoffe ich, dass mein Video euch hier vielleicht ein bisschen weitergeholfen hat und dann schreibt mir vielleicht mal eure Kommentare, eure Gedanken dazu. Wie seht ihr das? Wäre das vielleicht auch eine Kamera für euch oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Kamera im Sinn? Ansonsten, wenn euch das Video wie immer gefallen hat, dann lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin! In diesem Sinne, bis dahin!